Was geht meine positiven Freunde? Mein Name lautet Danny B-B-B-B-B-Nitzen Willkommen zu einem erneutem Video von mir Heute wieder ein Part von Auto Commander Im letzten Part haben wir Level 30 erreicht Ich hab immer das Gefühl, wir erreichen immer ein Level mehr In jedem Part, was auch eigentlich so sein sollte Außer später, weil wir für ein Level dann länger brauchen Ähm, aber wie gesagt, im letzten Part Level 30 Und ich bin jetzt aus Versehen hier irgendwie reingejoint Keine Ahnung, ich konnte nicht mal reden Ich hab aus Versehen irgendwas gedrückt und bin sofort hier gerundet Auf jeden Fall mach ich gerade paar Sessions, also so hintereinander Deswegen wundert euch nicht, wenn ich immer denselben Pullover anhabe Ähm, weil manchmal ist es so Ähm, ich mach paar Aufnahmen hintereinander Und dann hab ich immer dieselbe Sachen an Weil ich für eine Session, also für eine Ähm, wenn ich so durch aufnehme Ähm, dann, ähm, zieh ich mich nicht unbedingt, äh, ne Um, wozu auch Und, äh, ja, paar Leute denken dann, ne Genau das denken sie dann Wir nehmen für diese Map, äh, werden wir, ja Die MS, äh, ich meine die Sword nehmen, die Swag Den haben wir lockerflockig, ich sie auch dürfte bekommen Nimm ich alles auf Manchmal habe ich immer, oh, äh, whatf Fast runtergefallen Nice, Danny, nice Ich werde zu einer Ziege Oh, da ist ein Sniper Ich spiele jetzt, äh, mit lauterem Ton, muss ich auch sagen Eigentlich ziemlich cool mit lauterem Ton, so Auch wenn man den Black Ops 2 so, so keine Schritte hören kann Dann müsst ihr euch auf euer Instinkt verlassen Und verdammte Scheiße Ah, ich gehe immer davon aus, dass die mich nicht treffen Ich bräuchte echt eine Drohne Ich liebe Drohnen Ich würde eine Drohne gerne heiraten Das ist das, was ich gerne tun würde Aber ich bin echt so happy, ne Dass euch diese Serie gefällt Ähm Das ist echt geil, Alter, muss ich sagen Also macht ihr wirklich gut so, ne Immer weiter die Daumen nach oben Ne, kleiner Spaß, bitte alle Daumen nach unten Oh, bloß nicht Okay, das ist jetzt Ich hasse es, wenn ich sowas sage, ne Da gibt es noch viele Daumen nach unten Weil die Leute mich ärgern wollen Aber wie gesagt Über Daumen nach oben freue ich mich immer extrem Weil, ähm Ja, ich muss sagen, ähm Keine Ahnung Also natürlich hilft es einem auch sehr aus, ne Aber zum einen muss ich auch sagen Dass, äh Es ist super Das ist eigentlich der Grund, wieso ich YouTube mache Immer diese Bewertungen, die Kommentare Und der Support Keine Ahnung Wieso ich mir sonst die Mühe machen würde Diese Videos hier zu machen Bei Zocken könnte ich auch für mich alleine Natürlich kriegt man auch ein bisschen Geld von, ne Aber Keine Ahnung Ich bin ja schon Multimillionär, deswegen Ne, keine Ahnung Den habe ich gehört Und dann war eine scheiß Reaktion von mir Weil ich hätte ihn eigentlich besser holen müssen Oh, hi Wow, Digga What the fuck Bitte komm Come on, man, baby Come on, baby Come on, baby Yeah Shake your body Ah, ah Oh, der springt Danny, bitte kill mich Scheiße Das habe ich nicht gewollt Ah, mein Kopf, Alter Ist schon am explodieren, Alter Diese ganze Sniper hier Das wird zu viel für mich Ohne Scheiß Jeder Gegner ist hier ein Sniper Was ist denn los hier? Wisst ihr was? Ich habe die Schnauze voll Wo ist die Gib mir deine Sniper, du Bichser Gib mir deine Sniper Easy Ja, natürlich Der macht das extra, der Penner Nein Ich hätte erstmal den rechts holen müssen Dann den links Dann hätte ich beide bekommen Das sind so Anfängerfehler Ich dachte, das wäre ein Gegner Mann, bilde ich mir schon Gegner ein hier Moment, war das einer jetzt oder nicht? Ich weiß es doch nicht Du kriegst mich niemals Du kriegst mich niemals Haha Hier spawnt immer jemand Nicht vergessen Hier spawnt immer jemand Immer Diesem Ort darf man nicht vertrauen Genauso wie diesen Snipern Bitte füttet den niemals Oh mein Gott Ich habe das Gefühl Ich werde verlieren Alter Gamer Position Muss langsam Eingesetzt werden Übrigens Man darf in jedem Part Nur einmal die Gamer Position Ich werde die Gamer Position Jetzt verwenden Aber nur einmal Darf man sie verwenden Nur ein einziges Mal Wenn ihr die Gamer Position Vorher schon anwendet Dann Klappt das nicht Also geht nicht Man darf nicht Man geht nicht zweimal Ihr dürft die Gamer Position Nur einmal verwenden Dann spielt ihr automatisch besser Wie die Gamer Position Funktioniert Seht ihr Schon wieder zwei Kills Nur durch die Gamer Position Oh ne Scheiß Schon Jetzt hole ich auf Gamer Position aktiviert Jetzt hole ich locker auf Die gilt auch Könnt ihr auch nur einmal aktivieren Und die gilt dann für ein Spiel nur Deswegen Gamer Position Sehr sehr wichtig Und sollte man nicht Falsch einsetzen Wenn ihr sehen wollt Wie die Gamer Position Wirklich geht Dann Schreibt es euch in die Kommentare Dann könnt ihr sie auch machen Aber ihr müsst versprechen Dass unter euch Ja Unter euch zu behalten Wow Ey diese Connection Ist so schlecht gerade Jeder Pro Hatte den gelockert bekommen Alter Da ich ein Pro bin eigentlich Aber keine Ahnung Hallo Esmine Ja alles wird gut Hi Fliegende Drohne Auf jeden Fall Ich sollte ein Video Zu der Gamer Position machen Hier spawnen die übrigens auch ziemlich gerne Von wo? Da Mama mia Mama mia Mama mia Mama mia Mama mia Mama mia Verflixt Und zugenäht Das hat mein Leben immer gesagt Verflixt und zugenäht Gutes Aim Danny Auf jeden Fall Weiter so Achtung Feindliche Drohne ist aktiv Yeah Komm auf mich bitte Ich liebe es Feindliche Drohne nähert sich Scheiße Ich hab das Ding War einfach Ähm Ich hab die Gamer Position Zu spät eingesetzt Das war das Problem Als Sniper hat man natürlich Einen ganz bestimmten Vorteil Auf dieser Map Allerdings muss man Wirklich muss Wenn ich sage muss Dann meine ich auch muss Eine gute Killcam Hinbekommen Sonst zählt das nicht Hm Alles nur durch die Gamer Position Wir haben Wir haben gewonnen Weil ich die Gamer Position Eingesetzt habe Ich rede gerade ziemlich komisch hier Vielleicht sollte ich diese Waffe Ein bisschen aufpumpen Ein bisschen Gas geben Ein bisschen Drohung verpassen Damit sie ein bisschen abgeht Mal sehen Wir haben hier übrigens nur Sniper Ach diese Sniper heutzutage Das ist der PS4 controller Und ich liebe den Das ist mein absoluter Lieblings controller Also wenn ich bei dem Okay Ey War zu begeistert von meinem Avatar Dann ist er rausgegangen Kein Ding Kann ich verstehen Jeder würde gerne so ein Avatar Wie meins haben Aber kann niemand Dream Dust End Alle gehen saus Alter Was ist denn los Alle sind erschreckt Von meinem Avatar Noch nie so ein Avatar gesehen Oder was Ach schon wieder Dasselbe Bier Alle verlassen mich Alter Keiner hat Bock Auf mich Zum Glück Habt ihr noch Bock Auf mich Hoffe ich zumindest Studio Hollywood USA Freiheit für alle Oh ja Ich vergesse mal Dass Studio Diese geile Map ist Ich denke mir mal Studio Hä Game-Option Muss nicht Da darf ich nicht mehr benutzen Sorry Alter Fast wieder Game-Option benutzt Was natürlich gar nicht geht Weil Game-Option Darf nicht mehr benutzt werden Vor allem nicht zweimal hintereinander Mann hat er das schlecht gemacht Alter Schlechtes Spiel ever Ja Von hinten kommt ihr immer wieder Macht weiter so Ich bin stolz auf euch Ich liebe die Drohne Ohne Scheiß So OP hier In drei Falle Natürlich Ja jetzt nicht mehr Nice Er chillt ihr Ich darf keine Ich hab Shit Ich hätte die Game-Option Nicht mehr einsetzen sollen Vielleicht soll ich einmal Snipern Wisst ihr was Nach dem Match Würde ich Snipern Also ich mach dann Ja noch ein Ja durch Noch ein Match Mal sehen wie die Zeit Voll angeschnitten ist Kann ich ja spontan entscheiden Und werdet ihr wahrscheinlich Jetzt schon an der Zeit sehen Ich kann die nicht ernst nehmen Alter Das sind die Schussanimationen Die neuen Schussanimationen Sollten die bei Call of Duty 10 einführen Scheiße Okay Drohne Ah Dronski Wo ist er Wo sind sie Mist Diese Schussanimationen Wirken nicht Wo ist er Wo sind sie Wo ist er Wo sind sie Hier ist er Yeah sie wirken Nice Diese Schussanimationen Aber Der kommt jetzt von hier unten Wo sind sie Drohne erwartet Befehle Na Schade Aber es klappt gut bis jetzt Muss ich sagen Wo sind die alle Da War der schnell Alter Wow wie schnell er hochgeklettert ist Wie so ein Affe Alter Müsste mal nochmal abspielen Alter nochmal ansehen What the fuck Dachte ich mir Scheiße Oh mein Gott Diese Taktik klappt auch nicht so Wie ich mir vorgestellt habe Okay ich hatte so oder so verloren Nein eigentlich nicht aber Ich dachte ich kann noch aufholen Aber 15 kills Ne Shit Penne alter BLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEBLEB Nein! Wieso klappt die nicht? Oh, ich muss den Dreier-Blalup machen. Blalup, blalup, blalup. Das ist Blalup, easy. Macht mir alle nach. Die Blalup-Taktik wird siegen. Scheiße. Es klappt einfach nicht. Ich hab sie mir besser vorgestellt. Mist. Mist. Aber man, sie klappt einfach nicht. Wieso aber nicht? Das ist merkwürdig, Leute. Irgendwas läuft hier gewaltig schief, Alter. Die Blblblblbl-Taktik läuft einfach nicht, Mann. Mist. Hüpf. Keiner hier, alle sind im Urlaub, oder was? Hallo, wir spielen hier ein wie Black Ops 2. Kommt mal zurück aus eurem Urlaub, Alter. Ja, was ist denn da oben, ha? Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Soll ich mal ein Match einfach so kämpfen? Ja, gut, geklappt. Ach, die blöde Taktik hat nicht geklappt und ich bin voll dunkel in der Kamera. Oh nein. Vielleicht soll ich mich ein bisschen heller machen. Okay, passt auf. Magie jetzt, okay? Tada! Oh, das war viel zu laut, okay. So, jetzt bin ich heller. Jetzt könnt ihr mich besser sehen. Weil ich weiß, dass ihr mich ja sehen wollt. Vielleicht soll ich jetzt eine Runde snipern, ha? Okay, ja, meinetwegen. Aber nur, weil du es bist. Okay, nehmen wir den Strottflint hier. Shit, die Ballista ist jetzt Level 43. Egal, die ist so oder so überbewertet. Wie Schaden macht die? Ich muss die nehmen, also die hier. Weil die ist skillig und sowas, ne? Ihr wisst Bescheid, YOLO. Links, rechts. Die ist das. Hardliner, immer gut. Always appreciated. Mhm. Gut, nehmen wir das. Äh, S-Mine. Handgranaten. Wir werden jetzt nur noch snipern. Wieder auf derselben Map, bitte. Ah, nicht auf Vertigo. Mama Mia, Picobella, Bistazie. Wieso das denn? Ich gehe immer raus. Ich habe keinen Bock zu warten. Keine Ahnung. Ist so eine Angewohnheit bei mir. Sieht ihr, es klappt immer. Keine Ahnung, wieso. Wenn ihr kein Lobby findet, die ersten 5 Sekunden geht nochmal raus und wieder rein. Die nächsten 2 Sekunden findet ihr ein Lobby. Ah, die meinte ich. Kauf. Habe ich im letzten Party erwähnt. Die konnte man mit Hijack vermischen irgendwie. Er frei für alle. Ruhig und konzentriert bleiben. Natürlich, überlebe ruhig. Kein Ding. Hm, kill mich danach, ja. Okay, wir werden unsere Empfindlichkeit erhöhen. Lass uns auf 8 spielen jetzt. Mach weiter so. Mhm. Leg dich ruhig hin. Mach Urlaub. Bräun dich ein bisschen. Vielleicht wirst du auch mal so brown wie ich. Ey, ich pisse mich mal so an, ne. Dieses System hier in Black Ops 2. Dass man einfach verdammte Scheiße nicht irgendwie in Lobby reinjoinen kann. Wo man, ja, mhm, lag doch. Noch mehr bitte. Du lagst zu wenig Spiel. Kill mich. Ja, kill mich bitte. Gott. Endlich. Danke für einen Kill wenigstens. Gott, wie zum Teufel soll man das machen, Alter? Sniper sind so OP, ey. Vor allem, wenn man nur Sniper spielt. Guck mal, den kill ich jetzt instant. Natürlich doch. Und da kommt von hinten natürlich, der möchte gern, äh, User, Spieler. Keine Ahnung. Klau mir durch meinen Kill kein Ding. Ist ja nicht so, als könnte ich die Kills gebrauchen, ha? Hm. Von links, von rechts, von überall kommen Sniper. Feindliche Drohne nähert sich. Ach man, ich hab so lange nicht mal mit der Sniper gespielt. Guck mal, guck mal. Nicht mal so einen Shot treffe ich, Alter. Natürlich nicht. Mach weiter so. Viel Spaß da mit dem... Was? Ja. Natürlich hab ich ihn nicht getroffen. Alles wird gut. Lass mich nachladen. Warte einen Moment. Oh mein Gott. Gott, bin ich schlecht mit der Sniper gerade, ey. Pisst mich das schon wieder an. Aber ich muss sagen, ich hab so lange nicht mehr mit der gespielt, ne? Gespielt vor allem, natürlich. Alles wird gut. Oh, ich nehm mal Drohung. Das wisst ihr aber alle. Gott, ich schwitze gerade so, weil mich das Auge anpisst. Ich kann die Gegner auch nicht mehr ernst nehmen, Alter. Töte mich bitte dieses Mal ausnahmeweise mal nicht. Danke. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Oh. Ey, dieses Geschirr ist unbesiegbar, Alter. Bleib durch das Stehen, Alter. Viel Spaß noch. Däun dich müssen. Wow. Wow. Schicken Kill. Vielen Dank, Alter. In wie vielen Minuten habe ich drei Kills bekommen? In 20? Nice. Bestes Spiel ever. Wow. Wow. Danke für den Kill, Alter. Unglaublich, ey. Diese Gegner. Tarn-Heli-Links, Tarn-Heli-Rechts, Tarn-Heli-Amtsgefecht. Kill mich bitte. Tun wir den gefallen. Oh mein Gott, dieser scheiß Tarn-Heli. Ja, die Spiel ist schon verloren. Kann man ja so sagen, ne? Komm da raus, trau dich. Leg links, leg rechts, leg Amtsgefecht. Könnte er vielleicht seinen letzten Kill langsam machen, mich pisst er an, der Wichser. Es lag zu überziehen, scheiße, ne? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hauf zu legen, du Wichser. Ich mach keine Schade. Es hat gelaggt, deswegen hab ich verloren. Nur wegen Lag. Ich werde mich bei den Entwicklern beschweren. Bitte fix das. Guck mal, guck mal, was für eine gestörte Killcam. Der Entwickler hat sich schon so mal gestörte Killcam gesehen. Die gestörte Killcam, die ich jemals gab, Alter. 5 zu 11, durch die Legs. Er hat ein 30 zu 3, der Pisser. Weil er denkt jetzt, er wäre gut. Ach, dieses Spiel haue ich so Tage, Alter. Okay, ich bedanke mich herzlich, was für eine Schade hat euch gefallen. Bitte das Video mit einem Daumen nach oben bewerten. Und abonniert euch meinen Kanal, um ein Snickers als Crewman, ne, das war, und mein Alter. Und deine Potenzfähigkeit, den letzten Schub zu geben. Und dann sag ich noch 3, 2, 1. Ciao, ciao. What the fuck war das gerade? Langstellen und anscheinend wirklich, wie ich würde es nicht können. Ich werde es mal austesten. Denn, ähm... Huuu!